Meine Mom hasst es. Wirklich, meine Mom hasst es unnormal. Meine Mom hat schon vorher gesagt, dass sie es ganz schlimm finden würde. Meine Mom war so, Antonia, keine Bondings, keine andere Farbe, mach nicht bunt, mach nicht kurz. Dann habe ich ihr versprochen, dass ich sie FaceTime, wenn ich fertig bin. Ich habe sie versprochen. Und dann habe ich sie gefacetimt und sie war... Ungelogen, das ist das, was sie gemacht hat. Oh mein Gott. Und Antonia, es ist schrecklich. Und ich war so, ich mag es. Und dann hat sie so weitererzählt und war so, hast du Angelina Jolie auf dem Red Carpet gesehen? Die wurde...